ja leute was geht ab der pola stattdessen kommt eine weitere folge decke mit dabei ist der epic er ist wieder mit kommentieren die olle pottsau alle pottsau nicht pottsau ja pottsau du weißt so was habe ich heute vor mein ich habe heute vor keine ahnung ich glaube mal ich baue das haus weiter wo ich gerade auch hier dran bin ja ich brauche schon am haus und sage ich weiß noch nicht was ich baue mich in einen berg rein bad cave ich kämpfe nicht das ist taktisches warten wie paddy das immer sagen würde weiß er so immer ich kämpfe doch nicht das ist nur taktisches warten weißt du im letzten video paddy an motzen das über battlefield redest und jetzt selbst damit anfangen ja ich habe ja nicht wenn ich bin ich habe nur gesagt was er erwähnt hat das war er nicht kennt sondern also du musst schon dich an den Fakten erhalten naja ich habe nichts vom battlefield aber egal 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 um ich brauche ich brauche ich brauche ich bin ein bauarbeiter bob junge so hier sind drei und hier sind zwei das heißt ich muss ich noch mal einen rein ja das heißt heute wird wieder der umzug sein hier in meine kraft und ich weiß aber noch nicht in welchem stil in welchem stil ich bauen will das wird sich dann alles nach und nach ergeben würde ich sagen außer du hättest jetzt so ein ganz spontanen vorschlag wie ich hier das haus weiter bauen soll also meinst du aussehen oder materiale ähm naja aus was soll das haus also wie soll zum beispiel der boden aus wasser boden sein und so weißt du dann sollen die wende sein macht auch stein wende mit einem holzboden verteilt naja ich dachte im eingangsbereich habe ich cobblestone gemacht als boden weil in meinem text pack sieht das halt mega geil aus und halt die außenwand das auch aus cobblestone weil das war das erste was ich hier gemacht habe und ich dachte mir ja okay kann man machen so da kommt auch die druckplatte hin wenn du das video siehst dann weißt du auch ungefähr wie das haus dann aussehen wird dann kannst du mir auch bei gleich in der nächsten folge einen ratschlag geben ok ja und ich mache jetzt hier kurz den boden so und der nächste boden wird keine ahnung was für ein boden sein auf jeden fall ein holzboden und die wände da weiß ich leider noch nicht so viel betrieb da habe ich noch nicht so viel im kopf was was die wände werden also aus was die wände sein soll kannst du bricks machen wie meinst du bricks ja ähm nach ziegelstein oh ziegel ziegelstein warte ziegelstein warte warte mal jetzt muss ich mal ein bisschen was ziegelstein machen ja bricks halt oldschool so mit mit ja ja bricks ja ja bricks bricks ich weiß schon was du meinst hier äh aus lehm war ja genau aus lehm ja aus clay ja das problem ist ich hab das nicht gesammelt und das als wende ich weiß ja nicht ja gut müsstest du halt erstmal sammeln ja vor allem erstmal sammeln müsste ich das und zweitens ist es ja auch noch so muss man überlegen am meisten würden bricks eigentlich auf dach passen und nicht so eher als wand und da weil ja als wand auch also bricks das wären ja schon für mich wirklich wieder so dach ziegel vor allem das sieht ja auch so aus wie dach ziegel ja aber hat man dafür auch hat auch ganz gut aus also habe ich früher auch gemacht ja gut habe ich gesehen du musst halt ordentlich was da machen ja vor allem das ist ja ein modpack da musst du das darfst du ja nicht vergessen das sammeln ist ja noch mehr als du brauchst ja richtig viele materialien scheiße ich habe jetzt schon einen generator gecraftet in der letzten folge da war Penny noch dabei ähm ja den muss ich denn aufstellen aber ich weiß halt noch nicht wo ich glaube ich mache jetzt mal den separaten technik raum wo so die meisten maschinen kommen so wie generator und der ofen der neuere und so eine scheiße und eigentlich würde ich auch gerne das alles mit marble machen weil marble sieht irgendwie voll geil aus weißt du ja ja marble ist nice kriegt man auch ziemlich schnell oder äh in Tackett findest du das eigentlich relativ oft wirklich ja das Problem ist ich habe mich hier nicht so in eine Nähe einer Höhle hingebaut also ist wieder ein bisschen problematisch aber das ist ja gar kein Problem wir schmerzen mal noch kurz das Eisen was ich hier so sehe zack und zack haben wir noch was in den letzten Ofen drinnen oh da müsste Roba sein Roba ja da ist Roba 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 ja genau okay warte mal jetzt muss ich kurz überlegen ich habe einmal den Untergrund der ist in 246,84 Metern Entfernung da oben ist marble ach ja da ist ja eine Schlucht ja da ist eine Schlucht vergessen da hinten mega ich weiß nicht mal mehr was mega war es 163 Meter aber ich gehe mal zur Schlucht die gleich gegenüber ist und farm dort die marble ich glaube wir haben eine neue marble sache gefunden vor allem wenn ich mal hier so gucke alter was hier noch alles an Ärzten und so an den Wänden hängt Alter das ist Alter nicht in der Folge in irgendeiner anderen Folge jetzt mach ich Marvel vielleicht mach ich so in der nächsten Folge Freunde vielleicht bin ich ja in so zwei Monaten dabei im Ticket wer weiß ja wer weiß vielleicht haben wir was in Planung dass dieses Projekt noch ein Multiplayer na ich sag ja mal nicht weil das das ist alles das sind nur Gerüche und jetzt meine Spitz hat gegangen scheiße hab ich bin gespannt was von der Welt hier noch bleibt Alter am Ende dann das kompletten Projekt ist Alter was hier schon fertig ist und was noch so relativ normal in der Welt aussieht weißt du? so ich brauche jetzt Eisen drei Stück ich habe ja genug Alter bei meinem ohne Witz das muss ich dir mal kurz erzählen das weißt du vielleicht gar nicht in meinem Minecraft Singleplayer Let's Play in der 1.8 ne ja ähm in der ersten Folge ne habe ich so viel Eisen und Kohle gefunden dass ich mir direkt in der ersten Folge eine komplette Eisen Reciplus Eisen Werkzeuge machen konnte ja alter mega krass oder? aber leider konnte ich die Folge nicht rendern und nicht hochladen da die äh Videodatei beschädigt war also musste ich konnte ich erst ab der zweiten Folge hochladen die erste Folge war so geil weißt du das war wieder das Comeback nachdem ich endlich äh nach der langen Pause wieder da war nachdem alles wieder funktioniert hatte äh war das das erste Video wär das gewesen und das war so geil ohne Scheiß ich hab mich so gefreut das war mega nice der Anfang hätte nicht besser laufen können ohne Witz und jetzt farme ich Marble Marble aber ich hab jetzt schon die ist doch so das ist doch so weiß ja richtig Blattweiß äh da ist dadurch dass diese Texture Pack dadurch dadurch dass ich dieses Texture Pack hier verwende was aber nicht für Tecate ausgelegt ist sondern für ein normales Minecraft von früher noch äh hat Marble die Standard Texture und mir gefällt die nicht das heißt ich werde mir auf jeden Fall einen Texture Pack suchen wo ich alles mit Texturen habe weil ganz ehrlich wenn du das hier mal sehen würdest würdest dann würdest du denken Alter ist das hässlich in anderen Texture Packs sieht es echt geil aus muss ich sagen deswegen gefällt mir auch Marble so außer den Standard Default Texture Packs die hätten wieso haben die das jetzt nicht direkt in Texture rein gemacht weißt du was ich meine? als sie dieses Mod Projekt äh Mod äh entwickelt haben dass sie gleich diese richtig aufgemoddete Textur benutzen anstatt diese scheiß Default Textur weißt du? dass jeder gleich diese Textur hat ey naja als das rauskam war das ja noch so ein bisschen alphamäßig der Mod der Git ja? war ja noch nicht so ganz fertig ja also hier Entwickler ihr könnt euch jetzt wieder ransetzen und zum Ende ja mach mal gute Texturen rein hehehe fuck alter wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? keine Ahnung ich schätze jetzt mal so ganz grob geschätzt äh 10 5 Minuten ungefähr ja ja müsste sein sowas ja so um die 5 Minuten Pi mal Daumen meine Freunde ja hörn dir doch mal an ähm so einen Timer zu setzen ohne Scheiß das hab ich früher immer gemacht ich hatte früher immer einen Timer und in letzter Zeit vergesse ich den jedes Mal anzumachen vergesse ich jedes Mal ich hab einen Timer und ich vergesse ihn jedes Mal anzumachen das ist so ne Scheiße ja naja das kommt alles genau das passiert das schon das kommt alles mit dem Alter passiert das sagt er mir weißt du ich glaub's ja nicht achja und übrigens zu dem Video was äh war von Minecraft Singleplayer hehehe zu dieser ganz speziellen Folge du hast aber echt recht du hast echt die tiefere Stimme und männlichere also müsstest du eigentlich der Mann in eurer Beziehung sein naja Paddy braucht halt mal ein bisschen Bestätigung und ja deswegen lass ich ihm das willst du noch jemanden grüßen so an der Stelle grüßen? ja ich weiß wie du meinst aber ich gönn dir das ja witzig hehehe wieso ich frag ganz normal ob du jemanden grüßen möchtest äh äh ich muss grad Schiffe abballern Peter sehr gern war kaputt okay das Angebot gilt bis zum Ende der Aufnahme heben wir es mal fürs Ende auf hä? bisschen Spannung heben wir es fürs Ende genau wen wird er grüßen wollen am Ende? wir werden es sehen und das werde ich vors Intro schneiden hehehe Perfekt komm ach du scheiße so ich habe jetzt fast 4 Stacks Marble voll läuft jetzt mach ich noch den 4. Stack voll und danach verzichte ich mich wieder zurück und bau die Bude weiter ja lol ey ich hab wieder ein Erz gefunden ohne Scheiß manchmal hast du echt so weißt du du siehst diese Erz und sagst so ne ich hab jetzt keinen Bock ne ja das kenn ich ich hab jetzt schon wieder ich hab jetzt schon wieder Coppa und Eisen hintereinander gefunden ey nice 8 Eisen und 6 Coppa das ist viel das ist viel Eisen brauchst du aber auch ne Menge in diesem Spielmodus das weißt du aber glaube ich wahrscheinlich selber auch schon weil ähm Tackett Eisen Eisen Tackett Tackett Eisen nö weiß ich nicht ach nein ne ne das ist schon länger her dass ich Tackett jetzt spielt hab äh Kupfer hab ich viel gebraucht ja Kupfer Rubber und Eisen sind so die einer der meist gebrauchten gebräuchten äh scheiß drauf du kannst doch auch so so Queries kannst du doch machen mhm aber dafür brauchst du Diamantenspitztier äh Spitzdiamanten äh äh ich sag am besten gar nichts mehr äh Diamantenspitztacke fuck so so wird ein Schuh draus warte musste man äh Marble eigentlich schmelzen warte mal um Diamant so meine brauchst du doch kein Diamant äh 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 ne da brauchst du Diamantzahnräder so war das ich werd grad sagen alter ich weiß auch früher als ich das erste Mal Tackett gespielt hab ich hab das wirklich ohne Witz Alter ich hab ohne Scheiß sage und schreibe drei Tage lang durchgesucht ok alter das war irre weil ich das hat mich so gefesselt das Game weißt du äh was man da alles craften konnte und dann wolltest du doch das beenden und noch das und das und jenes noch beenden und dann hast du wieder das angefangen und dachte so ach komm das machst du noch zu Ende mhm mhm oooh scheiß alter ja das Spiel war am Anfang echt gut ja am Anfang ist es immer noch eigentlich echt gut naja ich bin's ein bisschen arschig ähm zum Beispiel du weißt doch das mit den Pferden da weil Minecraft hat ja mittlerweile Pferde oder nicht ja aber das gibt's halt nicht in Tackett gut in Tackett nicht aber im Vanilla Minecraft gibt's ja was war das 1.6 Pferde und Esel genau Pferde und Esel und davor war das halt ein Mod den halt die Community gemacht hat und das ist halt so ein bisschen arschig dass die ja die Developer von Minecraft halt den Mod genommen haben und gesagt haben so das ist jetzt unser Update das finde ich halt so ein bisschen kacke von naja aber ganz ehrlich ich meine wenn sie die können auch so gesagt haben so ey wie wärs wir machen Pferde in Minecraft kann sein oder Esel das wär doch mal mega nice denn müssen sie nicht so viel laufen dann brennen nicht so viel Hunger und das können neue Spielmodi entwickelt werden weißt du einen auf denen so wir sind unschuldig und so ja kann sein weiß man nicht ja deswegen man darf halt nicht vorurteilen mhm naja so siehts aus wo ist die Map dunkel naja ich glaub die Zuschauer hassen mich weil es hier so dunkel ist alter ja Zuschauer hassen dich so oder so ooooh das war aber nett nein wir haben dich ganz doll lieb ja sag aber lieber nicht wie doll wie doll ne sonst werde ich heute Abend wieder geschlagen naja was heißt geschlagen gehauen von der Freundin naja ach scheiße jetzt habe ich es gesagt alter ich sollte doch nicht sagen dass er eine Freundin sich deswegen geschlagen hat ey oh man scheiße jetzt wirst du wieder geschlagen und ich krieg bestimmt auch wieder was ey man ja ich verspricht warte mal ich wollte mir grad kohle nehmen oh du ey jetzt vergesse ich mich dir was ich wollte ich wollte kohle nehmen Kohle ja genau weil ich fackel machen wollte für die Leute bringt der mich aus dem Konzept ich glaub's ja nicht ey ich glaub's ja nicht ey so einmal zweimal BÄM Junge BÄM so macht man das habt ihrs gesehen so siehste so BÄM 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 BÄBÄM BÄM 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 Wann gibt's eigentlich nen Livestream? Was? Wann gibt's denn eigentlich den nächsten Livestream? Samstag um 18 Uhr jeden Samstag um 18 Uhr ok aber ich muss mir noch überlegen was ich mache weil du weißt du ja ich darf ja nicht alles machen also ich kann nicht alles machen weil ich ja immer noch technische Schwierigkeiten habe und sie erst noch beheben muss so nennst du also mein kopf kannst du ja so wie ich es jetzt mache ja geht locker easy ganz ohne probleme aber wenn ich dann den last mal mache das zieht halt mega leistung stimmt hätte ich das andere worüber wir von geredet haben diese andere version genau da müssen funktioniert auf jeden fall aber ich muss das einen so eine version bekommen meine leute wenn ich geht ja ich habe jetzt geht ja fünf wieder und auf der playstation und eigentlich würde ich das auch gerne letztendlich online und so aber leider habe ich nicht den richtigen adapter oder überhaupt gar kein adapter um das aufzunehmen das heißt wenn ich so ein adapter haben sollte bekommen sollte oder kaufen sollte oder whatever weil könnt ihr euch auf jeden fall sicher sein dass dann geht ja fünf videos kommen auch noch ich baue hier gerade irgendwas aber ich weiß nicht wie groß das ungefähr werden sollte was ich hier baue brauchst du denn ich baue jetzt gerade den technikraum wo die wurde solche der generator steht der rufen und so der extraktor und so das wo alles dort drin steht ja bestimmt wird in den kommentaren oder so stehen hey du hast eisen übersehen das kann ich hier auf diese seite gar nicht machen gut dann muss ich das anders machen muss ich das hier direkt durch so abkürzen ja das lassen wir so machen was richtig passt schon passt schon würde ich sagen was nicht passt wird passend gemacht ich was 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 ist denn eigentlich patty äh keine ahnung er ist einfach gegangen ich würd zu sagen dass er bei so freundin gegangen ist ja stimmt ja stimmt ja mit der er mich betrügt ja echt ey war patty wie kannst du nur du schwein ey 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so ich habe jetzt den raum fällig gleich 1 2 3 1 2 ist egal mit dem folge ein bisschen länger ich darf ja längere videos als 15 minuten machen also von daher juckt es nicht so viel warte hast du dir auch ein paar zu schreiben ne das kann ich nicht weil ich das programm nicht mehr habe ich hatte am anfang so ein programm da konnte ich durchgehend aufnehmen habe ich einfach gemacht weißt du so zwei stunden oder so aufgenommen hinterher durchgehend ohne zu verabschieden und so was einfach dort reingeschmissen das programm rein und der hat mir direkt jedes auf 15 minuten gerendert und geschnitten okay da hatte ich gleich die folge fertig aber mir gefällt das nicht so wenn ich wenn eine folge vorbei ist und ich mich nicht verabschiede so weißt du deswegen ja hast recht bisschen blöd ja ja da mache ich mir lieber selber die arbeit und so aber egal ja wenigstens verabschiedung muss selber sein 1 2 3 finde ich auch ja ja der raum ist sogar fast symmetrisch alter sehr gut und das nur weil ich darauf losgebaut habe ey oh hier ist ne Höhle hier ist irgendwo ne Höhle okay alter ich würd sagen wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt wo hier äh der Technikraum fertig gebaut wird dann würd ich sagen schaltet doch wieder ein zur nächsten Folge die am warte mal kurz diese Folge ist am Mittwoch online das heißt wenn die nächste am Donnerstag kommt also würd ich sagen wir seh'n wir sind beim nächsten Mal sauter naja im Menschen ned wenn er einen hat dann Welt wird der Link auf jeden Fall mal irgendwann mal in der Beschreibung sein, aber bis dahin Ja, wir reden dann nochmal Ja, macht das gut Tschüss Jo Jo